Nach dem Jahr 1989 hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich mir irgendwann einmal wieder darüber Gedanken machen muss, welches Vokabular ich benutze und welches ich nicht benutze. Aber, meine Damen und Herren, die Reglementierung von Sprache, das Erklären von Unwörtern und Wörtern des Jahres, ist der erste Schritt in eine sprachliche und damit auch in eine gedankliche Diktatur, der wir uns entschieden entgegenstellen sollten. Vielen Dank.